Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play, New Super Mario Boss für die Wii U. Wir waren letztes Mal schon gegen geblieben beim Lichtlos, sprichwörtliches Labyrinth. It's a good time! Genauso sieht die Sache aus, Lichtlos Labyrinth. Wo ich ja schon ein paar... ...Dopferwecken hinter mir habe. Ja, wohl. Erstmal machen wir Feuermärmärmung hinter mir hinter. Ich muss irgendwie da hochkommen. Die Frage ist halt nur, wie? Und diese Frage bin ich auch nicht auf den Grund gegangen, indem ich mir in einen anderen Gläserplan geschaut habe. Nein! Wir spielen ganz normal weiter hier. Welcher andere meinte mir, was in den Indern zu treten? Wieso trete ich hier gleich was zurück? Oder ein Fass auf mich zu schleudern? Und tschüss! Der Linksskips geht vielleicht auch weiter. Die Gedanken bin ich jetzt gar nicht gekommen. Deswegen betreten wir jetzt einfach mal... Welcher war's denn? Die, oder? Es sind ja zwei Fake-Türen dabei. Schauen wir, ob das die war. Jawohl, es war die. Den Gedanken kam ich noch nicht, dass das... Ach, da haben wir... ...eine Coint noch gehabt. Ach ja, hier oben ging es ja genau weiter. Genau, ich erinnere mich wieder. Ein bisschen anders Level. Weg da, weg da, weg da. Du machst mir Angst, Gefährte. Beziehungsweise Feind ist ja nicht mein Gefährte, ja. Jetzt rede ich wieder Feindmüll zusammen. Ich versuche es ein bisschen mehr in diesen Projekten zu labern, wenn er so gut es geht. Kommende Projekte ist, äh... Ich glaube noch bekannt, was die kommenden Projekte sind bei mir. Immer noch Formel 1. Ich habe heute... ...zwei Rennen aufgenommen. Nicht gerade wenige. Um es auch mal... ...salut auszudrücken. Ich mach's auch mal, weil jeder Retter hier platt. Vielleicht gibt's da auch ein kleines... ...Bauernösschen. Was ich allerdings nicht glaube. Wo man die platt macht. Boah, kommt her hier. Kleinen. Vor allem, jetzt seh ich leider nix hier. Ich hab mir doch irgendwo welche sind. Wo ich leider immer so gedrückt halten auch noch. Vielleicht der Passag kann ich so nah links hin gehen. Das Problem ist bestimmt zum Powerschalter. Du musst jetzt irgendwo einen geheimen Weg geben. Ich hab's mir fast gedacht. Ich wollte nicht gucken, nicht nachgucken. Aber es gab echt hier auch einen geheimen Weg. Oh, so einfach, ey. Ich wollte schon wieder Superassistent Luigi. Ihnen ist ganz schön peinlich. Was aber jetzt nicht von Nöten war so. Das sah jetzt einfach zu verdächtig aus. Hier gibt's nix. Okay. Wo geht's hier weiter? Hier geht's nicht weiter. Dann haben wir doch noch die Tür hier übrig. Aber hier durchgehen. So, wo kommen wir jetzt aus? Machen wir mal ein bisschen Licht hier rein. Machen wir mal ein bisschen Licht hier rein. Hier gibt' mir den Schfern! Ich stößt mich nur. Bin ich ganz unten angekommen, okay? Ich kann immer noch ganz toll dass wir aus der ausgang sein Habe ich noch geschafft auf annieb Und noch ein level ab juhu zwei abs kommen und wenn man das level nicht geklärt natürlich Ich denke mal das wird jetzt ein längeres projekt werden so was haben wir hier gemalt von geisterhand oder die ist die träumerei Ich mach das linke hier gemalt von geisterhand Was haben wir denn hier? Ach nein hier steht wieder geister ey Das geht bestimmt runter Doch nicht Ich hab jetzt gedacht Ja Also es wird auf das ja nicht mehr untergehen Aber es wird ja nicht welche hier fest sind und welche nicht Was bringt überhaupt nicht diese feuer hier? Gar nix oder? Ne? Oder? Oder? Ich will nicht mehr reden, ich muss mir aber vollkommen auf dieses Spiel konzentrieren. Okay, das war schon jetzt der zweite Coin. Moment. Das war Glück. Wie kann man denn abfackeln? Okay, wie krieg ich den da? Ach, der geht nicht unter, okay? Ich wusste es. Ich wusste, dass ich beim Versuch dieses Ding zu bekomme, verrecke. Ich wusste es. Also es wird auch Spaß mit mir werden hier. Gut, man reicht hier die Fähigkeit groß zu sein, weil ich die bekommen würde. Genau, nicht hoch genug gesprungen. So, jetzt gehe ich hier drauf, passiert mir das Ganze. Yes, jetzt habe ich sie. Und so eine Relikat raus springen, habe ich mir gedacht. Aber auch dafür bräuchte ich Zeit. Die Münze habe ich natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte man die mir auch schenken? Man kriegt ja im Leben grundsätzlich nichts geschenkt, oder? Oder bekommt ihr was geschenkt? Oder bekommt ihr was geschenkt? Ich bekomme was geschenkt. Ja. Das war Geld, bekomme ich geschenkt. Das würde ich denken. Ja, bestimmt zu Weihnachten. Nee, ich wusste. Tja. Ich habe bald Vorteile. Angegen sind es so andere. Okay, ist groß, ob ich die jetzt sofort bekomme. Oder elegant rausspringen, habe ich gedacht. Jetzt habe ich es sehen. Jetzt ist alles noch egal. Jetzt wird die Suche mit diesen roten Münzen weiter. Aber es muss nur noch exakt springen. Nein. Was ist da? Bei dir. Okay, geht es weiter in den nächsten Geheimgang? Okay. Und hier komme ich raus? Wo komme ich jetzt raus? Preisfrage? Irgendwo und nirgends. Ich will das Ding nochmal runter. Nein! Warum gehe ich nicht einfach zu fallen und scheiß auf dieses Extralimia? Ich weiß es einfach nicht, ey. Weil ihr wollt mich fallen sehen. Ich weiß. Jetzt werde ich den ganzen Kram nochmal machen. Mit dieser Starcraft. Ah gut, jetzt habe ich ein Level abgekommen. Ah gut, jetzt habe ich ein Level abgekommen. Okay. Ne, da warte ich nochmal. Jetzt habe ich sie eh. Muss ich nur wieder hier rausspringen können. Jawohl, geschafft! Diesmal ohne irgendwas zu verlieren. Lass mir Zeit. Ich lass mir Zeit. Mich stresst keiner. Jetzt gehe ich halt hier oben lang. Oh, der Weg ist immer schwerer, ey. Nein! Oh genau, in dem Augenblick kommt die raus, oder was? Ah, ich gehe doch den unteren Weg. Der unteren Weg ist mir sympathischer. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Der unteren Weg ist mir sympathischer gewesen. Hier sehe ich schon, ich bin der einzige deutsche Let's Player, der bei diesem Spiel echtes Problem hat. Könnerin waschen das bestimmt durch. Aber ich finde die Art, das mal nicht durch zu waschen. Bestimmt viel interessanter für euch. Ja genau. Oh Gott, ey, das gibt es doch einfach nicht, ey. Was ist das? Gemeint von Geisterhand. Gemeint von Geisterhand von Fagels. Ne, ich möchte dich nicht haben, Luigi. Ich weiß schon, wie das geht. Ich weiß schon, wie dieses Level funktioniert. Das Problem liegt an der Ausführung. Und jetzt lass uns da kurz die. Mhhh, ich lass uns da kalt die. Und sehe ich noch weitere Fades hier kommen, ey. Jetzt rass... Was stehst du durch? Wir haben eh fast 1 Uhr nachts. Der Geist ist ja rum, ich glaube, auch echt beschissen ein bisschen. Die sind aber schon längst durchhaben können, ey. Wenn ich am Anfang gesagt hätte, komm. Scheiß drauf. Darfst du uns einfach mal Geduld haben. So geht doch. Was war daran jetzt so schwer? Ich muss einfach wieder warten. Hallo. Abkürzung hier unten wieder. Ist viel einfacher. Lassen wir diesmal den schwereren Weg aus. Kommt da eh nichts mehr. Ja. Komm eh nicht bis ganz nach oben. Schade. Juhu. Peaceway. Peaceway. Scheiß Level. Kann man es auch übersetzen? Ja. Jawohl. Wir kommen aus diesem Dunkelgarten raus. Ich habe hier zwei Wege zur Optionen. Das ist aber nett. Das ist aber nett für das Spiel. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Sag ich doch. Was passiert jetzt? Muss ich gegen den Antreten oder was? Warum springst du eigentlich manchmal nicht? Das ist welcher Spiel nochmal. Aber gehen Sie diesmal rein. Okay. So. Nein. Komm. Mal. Jawoll! Hohe! Ein Stern! Für meine geliebte Sammlung. Wahnsinn! Wollen wir das mal so, ey. So's haben wir jetzt mal zu Hause, weil es geht zur Neige, oder? Wollt ihr schon komisch an? Entwicklerwahnsinn, ich nehme nur das andere. Es geht zur Neige? Geht vieles echt zur Neige? Oh nein. Ich verstehe, warum das Level so heiß ist. Leute, ich wollte dich haben. Es geht zu Neige. Es geht vieles im Leben zu Neige. Ich verstehe, warum ich mir so ein scheiß Panzerbringer in Starcoint. Kann man die erledigen? Ah, okay, ich hatte, da kann man sich festhalten. Nee, könnte man sich nicht. Nee, wir gehen als kleiner wieder rein. Es geht zu Neige. Was ist denn, so ein Kubo-Kamp-Badmanter kann man auch nicht Ewigkeiten festhalten. Okay, Einfrieren ist auch noch in Ordnung. Dafür müssen wir den Lock wieder nehmen. Genau. Wo gibt's einen Applaus, ey? Dafür, dass ich so schlecht bin oder dafür, dass ich so gut bin? Nein! Jetzt aber mal mit mehr Konzentration hier. Dann ist es nämlich schon der nächste Buskampf, ey. Wenn ich auch mitzukommen sehe, ey. Das kannst du hier nicht. Sondern sich hier direkt am 1. Level gleich wieder failing. Ich hab mir nicht gern. Okay, 1-Up. Kopf weg, mal das. Weg da unten. Danke, danke, danke. Danke. So konnte man eigentlich am besten den Panzerhaus nutzen für sich. Ich bin nur nicht fies. Danke! Wo war die Estimation? Seh! Gemein, gemein, gemein. So, hoch mit euch. Die Kugeln oder was ihr über Skachistash gehören sollt. Yes! Jawoll! Schade! Checkpoint wird groß, juhu! Weiter geht's! Ja! Waren wir noch später. Skern! Und durchwaschen. Und durchwaschen. Zauber kurz. Zu kurz. Ach du Scheiße! Ich liebe die Musik! Ich liebe die Musik! Es ist Postkampfzeit! Es ist Postkampfzeit! Ich liebe die Musik! Ich liebe die Musik! Ja! Bis zum nächsten Mal.